Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie auf einer Seite die Immobilien sortieren können. Wenn Sie zum Beispiel wollen, dass diese Immobilie oben ist, klicken Sie einfach auf diesen Pfeil nach oben und schon wird die Seite neu geladen und die Immobilie ist eins nach oben gewandert. Umgekehrt, wenn Sie zum Beispiel wollen, dass diese Immobilie an Position 3 ist und nicht an Position 2, klicken Sie auf diesen Pfeil nach unten und schon wird die Immobilie mit der grünen Wiese an Position 3 angezeigt. Genauso können wir sehr schnell mit ein, zwei Klicks diese Immobilie wieder ganz nach oben schieben. So einfach ist die Sortierung und die Positionierung einzelner Immobilien. Wenn Sie auch wollen, dass zum Beispiel diese Immobilie ganz unten steht und Sie haben keine Lust, 10 Mal zu klicken, dann können Sie auch die Verschieben-Funktion verwenden. Wir klicken wieder auf Startseite Immobilienangebote, Verkauf, Häuser und wählen in das Ziel als Letztes. Da sind wir ja schon. Und im Bereich Häuser wollen wir diese Immobilie als Letztes einfügen bzw. verschieben. Klicken darauf und die Immobilie ist ganz unten. So einfach positionieren Sie Immobilien innerhalb und sortieren Sie innerhalb der Übersichtsseite.